Ob wirklich jeder weiß, was Fürchten heißt? Wer schon mal richtig ängstlich war, der denkt, das ist doch völlig klar. Doch da gibt's jemanden, der hat die halbe Welt bereist, nur um zu wissen, was das ist. Die Angst, die Furcht, die, wie ihr wisst, im Innern kribbelt, kalt und zittrig macht. Die Eltern und die ganze Stadt, die haben laut beklagt, dass einer Glattes wagt und sagt, das wäre doch gelacht, wenn ihn, so tapfer, kühn und aufgeweckt, irgendetwas ängstigt oder erschreckt. Nee, das ist irgendetwas. Und wo fangt ihr, so? Und als der Mond hinter den Wolken schlafen geht, beginnt das Abenteuer Theophils, das ihr gleich seht.